Wir nutzen ja im Reservistenverband auch neue Medien. Und mich hat es überrascht, aber zugleich erfreut, dass wir auf unserer Facebook-Seite Reservistenverband inzwischen den und die viertausendste Nutzerinnen, den viertausendsten Nutzer haben. Das bedeutet, der Reservistenverband kommt auch bei den Nutzern der sozialen Medien an und es wird dort diskutiert, es wird dort fleißig, ja, ich möchte fast sagen, Verbandspolitik gemacht, es wird sich ausgetauscht, es werden spannende Fragen diskutiert und es wird viel kommentiert mit gefällt mir oder aber auch es gefällt mir nicht und was man besser machen kann. Ich glaube, wenn wir als Reservistenverband weiter so auf die sozialen Medien bauen, geht es gut voran, machen Sie reichlich Gebrauch davon.